Auf geht's. Läuft noch alles, ne? Ja gut, immer so einen kleinen Kontrollblick darüber, ob noch alles läuft. Sound geht auch. Das passt alles. So. So, knapp 200 Meter gleich noch. Gut, dass wir es rot markiert haben, weil das blaue... Also, puh. So. Aber die anderen Markierungen sind weg, ne? Die wir gemacht hatten. Also, diese Kapseln, die wir gefunden haben. Da waren ja wirklich nur... Ich glaube, da waren wir ja schon gewesen, ne? So, da können wir hier parken. Das ist doch, supi. Achso, vielleicht nicht. Dann machen wir einfach Licht aus. So. Nahrungsaufnahme. So, erstmal schnell hier ein bisschen Fischi sammeln. Was ist das denn? Kann ich nicht. So, kann ich dich... Na, kann ich dich einsammeln. Haben wir die jetzt alle ausgerottet hier, die hier sind? Ich kann die auch nicht scannen. Ja. Und wir sollten auf jeden Fall Batterien auf... Boah, diese Energiezellen-Aufladestation, die brauchen wir ja. Das würde ja am meisten Sinn machen, wenn wir die... Wenn wir die kriegen könnten. Das wäre richtig nice. So, schwupps. Oh. Haben wir sonst noch irgendwo einen? Hallo? Ah, schwupps. Na, Bumerang-Fisch. Wo ist er hin? Der war jetzt so schnell weg. Da nehme ich Klubschi. Ja. Ja, ist doch gut. Ich meine, ob es auch Landtiere gibt. Weil Land gibt es ja. Ich meine, gut, haben wir ja schon gesehen. Diese, diese ekligen Spinnenviecher da oder was auch immer das war. Aber das war schon eklig. Ähm, aber auch so Vögel. Ob man da sich so schöne, leckere Omelettes braten kann. Von den Eiern der Vögel. So haben wir alles. Da ist noch ein Blasenfisch, den wir wieder mitnehmen. Flupps. Und dann geht's zurück. Die Fische sind längst verdorben, die wir mithaben. Wetten. Da würde ich für wetten. Dass die Fische, die wir da aufgesammelt haben... Wirbelfisch, ja, können wir nicht mehr zubereiten. Weil die verdorben sind. Das habe ich mir schon gedacht. Auch hier. Ah, hier sind neue Sachen dabei. Oder wir haben zu wenig. Bin mir nicht sicher. So. Aber es macht ja Sinn. Es macht ja tatsächlich Sinn. Diese Batterieaufladestationen. So wie auch die Energieladestationen. Ja, äh. Zu suchen. Und zu besitzen. Weil jedes Mal eine neue Batterie erstellen. Produziert ja quasi auch Müll, ne? Weil man ja auch... Ah, Täusch, Täuschkörper. Was haben wir hier? Kernstab. Oh, wir können Kernstab herstellen. Nice. Ehre. So, jetzt erstmal essen. So, gekochte Nahrung. Gekocht, gekocht, gekocht. Vitalsignes stabilisieren. Hauen wir uns mal rein in den Balch. Gekochter Bumerang. Und dann trinken. Die Wasserflasche lassen wir mal. Ach, wir haben die Fische gar nicht mehr. Die sind einfach weg. Ich glaube, die haben wir gar nicht. Naja. So, Quarz. Quarz, 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 Quarz. Blei haben wir auch. Haben wir Blei? Ja, hier. Blei. Titan. Quach, der Hahn. So, wir haben wieder Lebensenergie. Haben wir das hier drin? Ja. Haben wir genug von eigentlich, ne? Können wir echt... Ja. Ich weiß nicht, was wir damit sollen. Hier ist noch eine Batterie. Lade statt sich... Lade 100. Die können wir... Metallschrott. Haben wir auch noch drin. Nimmt viel zu viel Platz weg. Ähm... Nicht funktionsfähige Laborausrüstung. Was können wir denn damit machen? Ein Spielzeugauto. Was soll ich denn damit? Was soll ich denn mit solchen... Nein, das nicht. Das. Was soll ich denn mit solchen... Kappes? Weil die Batterie können wir auch hier drin einfach lagern. Wenn wir sie brauchen. Weißt du, wie ich meine? Ähm... Ich würde zum Beispiel hier mal austauschen. Eine volle nehmen. Eine Leere reinpacken. Einfach mal überall, wo wir Energie brauchen, austauschen. Volle rein. Die Leere hier rein, damit die aufgeladen wird. Und beim Scanner... Brauchen wir keine. Oder? Doch. Brauchen wir auch. Und... Beim Reparaturwerkzeug brauchen wir auch. Da haben wir mal keine volle jetzt, ne? Da haben wir die mal auf. Das Werkzeug. Warte mal. Wir brauchen noch dieses Laserschneidewerkzeug, ne? Oder wo ist das? Da. Laserschneider. Wie viel Energie hat der denn noch? 66. Okay. Was könnten wir denn dafür mal ablegen? Das Messer eigentlich. Das brauchen wir so gut wie nie. Dann würde ich mit denen mal... ...den Scanner nach da vorne packen. Auf die 1. Oder? Kann ich das nicht umliegen? Ich würde den Scanner gerne auf 1 haben. Wieso ändert der das nicht? Warte mal. Ah so, 1. Dann auf der 2 würde ich vielleicht das Reparat... Ne, die Taschenlampe. Ne. Auf der 2 den Segleiter. Auf der... 3 die Taschenlampe. Auf der 4 das Reparaturwerkzeug. Und auf der 5 dann den Laserschneider. Genau. So hätte ich es gerne. Und ich hätte gerne Metallschrott entsorgt. So. Was haben wir denn alles bekommen? Wir haben einen Lebensformbehälter. Bietet optimale Bedingungen für Tiere und Pflanzen zum Betreten einer Luke. Ah, wie geil. Dann können wir ja die Fische hier horten und können dann... Ah, das ist ja nice. Lass mal machen. Okay, also den Kernreaktor können wir jetzt bauen. Wir können einen Kaffeeautomaten bauen, einen Verkaufsautomaten bauen und einen Abfalleimer, den wir auf jeden Fall brauchen mit zweimal Titan, den ich jetzt baue. Ich hoffe, der ist funktionsfähig. Den werde ich jetzt erstmal bauen. Lass mal das hier rein, das hier rein, die Käppi. Wie? Keine Ahnung. Mit dem Spielzeug gedöhnt würde ich, glaube ich, auch einmal damit reinpacken, wenn das geht. Ja, das geht natürlich nicht. Das kann doch woanders hin, oder? Ja, obwohl... Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Spind oder so irgendwie. Das wird schon so voll hier alles. Komm, dann packe ich das so lange hin. Weil organisch geht das nicht rein, ne? Komm, dann packen wir das hier rein. So, jetzt erstmal den Abfalleimer bauen. Dazu brauche ich nochmal eben das Baudingen. Warte. Das nehme ich hier und dann packe ich mir das hier hin. Auf die sechs... Nein, die fünf. So, äh, Reaktor, lalalala, sonstiges, Abfalleimer. So, wo ist vorne, wo ist hinten? Ist das... Ich weiß nicht, wo vorne, wo hinten ist. Ich hoffe, der funktioniert auch und ist nicht einfach nur... Also, vor der Scheibe möchte ich vielleicht nicht stellen. Ja, so geht's auch nicht hin. Ach, vielleicht stellen wir den einfach hier hin, oder? Hier steht er doch gut. Hier so. Ja, so. Abfalleimer. Hier. Weg. Wie lange dauert das, bis das weg ist? Sofort oder was? Oder wie ist das? Ja, ist direkt weg. Ja, nice. Ja, das ist so supi. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch einen Mehrzweckraum. Ich möchte noch einen Mehrzweckraum bauen. Denn mir fällt gerade was ein. Wir brauchen auf jeden Fall einen größeren Raum. Schöner Pflanztopf. Ein Pflanztopf mit gehobener Klasse. Mit künstlichem Erdboden. Das ist ja geil. Es wird immer interessanter hier, ne? Flutlicht. Energietransmitter. Höchst die Reichweite einer Energiequelle. Außenbeetkasten. Das ist ganz toll. Observatorium. Rundumsicht. Sehr geeignet, strukturelle Integritäten. Ja, aber ich brauche nochmal einen Mehrzweckraum. Sechsmal Titan. Wir brauchen auf jeden Fall auch eine Röhre noch. Zum weiter anknüpfen. Das wäre mal interessant. Segment. Zweimal Titan. Ich nehme mal zehnmal Titan mit. Kann ich den irgendwo... Irgendwo anknüpfen? Wahrscheinlich habe ich so gebaut, dass das nicht geht, ne? So, wie ich mein Glück kenne. Da könnte ich anknüpfen. Nein, kann ich nicht, weil da eine Scheibe ist. Äh... Ja. Das heißt, ich habe so gebaut, dass es nicht funktioniert, ne? Warte mal. Die konstruieren die Scheibe. Geht das? Geht das dann da dran? Wahrscheinlich nicht, ne? Oder muss ich... Oder muss ich... Steht da irgendwas drin? Ne, ne? Würde das mal dekonstruieren hier. Geht das? Achso. Kann ich hier nochmal so ein... So ein Segment? Ja, dann machen wir doch erstmal so ein Segment hier dran. Dann haben wir ja nochmal ein bisschen... Alternativen. Äh... Eine Luke hätte ich gerne. Damit wir da auch reinkommen. Und dann würde ich hier vielleicht noch... Noch ein Röhrensegment machen. Und dann brauchen wir hier auf jeden Fall noch einen Mehrzweckraum. Den können wir nicht bauen, weil uns da was fehlt. Was fehlt uns da? Titan, natürlich. Wir müssen auch auf die Hühlenstärke achten, ne? Weil nicht, dass hier alles unter Wasser geht nachher. Das ist ganz wichtig. So, ich nehme mal zehn Stück mit. Brauchen wir mal wieder ein bisschen in der Folge. So. Und... Ein Mehrzweckraum hätte ich gerne. Den ich gerne... Oh, warte. Ja, moin. Grüß dich. Nein, ich hätte gerne die... Äh, die fünf. Kann ich nicht bauen, weil... Warum? Warum kann ich das nicht bauen? Da doch... Ah, da. Warte, da war es. Da, da, ja, da. Hätte ich es gerne hin. So. Das wächst und gedeiht hier so langsam, ne? Wir haben Hühlenstärke... ...10, 3e. Wir können ja ein bisschen verstärken, ne? Dazu brauchen wir nochmal Lithium. Wird doch nochmal ein bisschen... Glas. Glas. Haben wir Glas? Wir haben Glas. Hä? Oder nimmt der das jetzt aus dem... Wo habe ich denn Glas? Ach, tatsächlich. Ich habe Glas. Stimmt, weil ich abgebaut habe, ne? Damit es nicht so ganz öde ist da drin. Vielleicht hier ein Fensterchen rein. Und vielleicht dann verstärken, wenn wir Lithium haben. Vielleicht diese Röhre hier auf beiden Seiten. Wäre, glaube ich, ganz gut. So langsam werden die Wege länger, ne? Achso, Lithium brauchen wir. Äh, Lithium war, glaube ich, hier, ne? Nein. Hier. Äh. Was denn jetzt? Hä? Was war das denn? Nein, was? Lithium. Was war das denn jetzt für ein Bug? Also irgendwie war jetzt... Brauchen wir dafür zweimal Lithium. Warte mal. Dreimal Titan, zweimal Lithium. Okay, das passt. Dann lass uns das mal bauen. So, hier können wir ein bisschen rausgucken. Gut, hier zwei jetzt nicht. Können wir aber noch machen. Wir können, glaube ich... Äh. Ja, gut. Aber dann haben wir keine Stärke da, ne? So, Windstärke bei 16. Zur Not können wir auch hier nochmal einen dran zimmern. Weil hier ist eh nur der Generator. Raum. Würde ich hier nochmal eine hinschmeißen, hinklatschen. Guck mal, dann sind wir schon mal 23 Höhlenstärke. Das passt doch super. So, hier, guck mal. Hallo. 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 Schön an die Scheibe klopfen. So, hallo. Ich will rein. So, können wir auf der anderen Seite vielleicht auch ne Luke machen? Können wir noch eine bauen? War, hat's für uns da noch. Okay. 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 Ja, könnte man ein Fenster machen jetzt? Schauen wir mal. Äh. Wir brauchen nochmal Quarz. Und, äh, für... Das Fenster brauchen wir Glas. Wie stellen wir nochmal Glas her? Wie stellte man denn nochmal Glas her? Ölenschwefel. Das Wut... Normalerweise aus Sand, ne? Salzablagung. Hier haben wir nochmal Glas. Normalerweise wird Glas aus Sand hergestellt, ne? Aus geschmolzenem... Können wir Sand irgendwo abbauen? Ist jetzt so meine Frage. Ne, hier wollte ich gar nicht hin. Ach so. Ja, genau. Mache ich hier ein Fenster, ne? Oder? Ja. So, 22,3. Und dann würde ich gerne noch einmal... Was hatte ich gesagt? Ne Luke bauen, ne zweite. Hier. So. Dann haben wir zwei Eingänge. 21,3 addiert. Gut, dann haben wir zwei Eingänge. Wir haben jeweils hier ne Scheibe. Ja gut, hier wär andersrum. Warte mal. Gut, dass man alles wieder kriegt. So, da kann man besser einmal hier Scheibe machen und dann kann man da drüben auf der anderen Seite rausgucken. Das ist, finde ich, super. Das finde ich richtig gut. Ob man wohl das auch anders farbig machen kann später? Naja. So, ihr fragt euch sicherlich, warum ich immer noch diesen Raum hier gemacht habe, ne? Haha. Manchmal geht's ja mit mir durch, ne? So. Ähm. Wir wollten erstmal noch die Baupläne durchgucken, was wir alles haben. Das wäre super. Die Energiezellenladestation. Die werden wir auf jeden Fall beim nächsten Mal suchen. Wasserfiltermaschine. Wandelt Meerwasser in Wasser und Salz um? Oh, geil. Aero-Gel. Können wir bestimmt nicht herstellen. Bestimmt nicht. Da würde ich verwetten. So, mit dem Bauen sind wir jetzt erstmal fertig. Deswegen, das heißt, ich lege erstmal den wieder ab. Und würde gerne den Laserschneider wieder hier auf die, äh, 5 packen. 1, 2, 3, 4, 5, genau. So, lass mal nochmal gucken, was wir ja sonst noch alles haben. Energietransmitter, erhöhte Reichweite der Quelle, ja. So, das. Dann haben wir hier den Krebsbohrarm. Ermöglicht das Abbauen von großen Ressourcen zu vorkommen. Da können wir dann die großen Dinger dann abbauen. Ach, das ist ja geil. Schwimmflossen mit Ladefunktion. Geil. Das wird ja immer besser. Ah, Polyanilin. Bin mal gespannt, wo wir das herkriegen. Bestimmt durch die Elektro-Typen. So, dann haben wir noch den hier. Okay, Wirbelfisch. Ja, das ist alles ganz toll. Das sind die ganzen Fische, die wir gesammelt haben. Und wir haben einen Kernstab. Kristallides Uranit. Würde ich das wohl herbekommen? Ich weiß, dass wir Glas herstellen. Ah, mit Quarz. Zweimal Quarz. Seht ihr? Ah, die Barren können wir auch herstellen. Und emailliertes Glas auch. Da brauchen wir aber einen Pirschezahn, den wir hier nicht haben. Das sind die Grundmaterialien, die wir herstellen können. Plaststahlbarren. Wo wir das wohl... Wofür brauchen wir das denn nochmal? Die Stahlbarren. Die brauchen wir für irgendwas. Irgendwas brauchten wir die. Das weiß ich. Das können wir auf jeden Fall bauen. Seemort ein Tiefmodul. Hier brauchen wir die Stahlbarren. Und Rubin. Ach, guck mal. Aber ist für den Krebs, den wir noch nicht haben. Noch ein Fahrzeug. Alles für Krebs, Krebs, Krebs. Bin auf den Zyklop echt mal gespannt. So. Tauchdock wäre noch echt super. Bin gespannt, was das alles noch ist. Gut, dann können wir ja theoretischerweise auch Dings bauen, ne? Das Tiefenmodul. Einmal Titanbarren. Und zweimal Glas. Einmal Titanbarren. Und zweimal Glas. Jetzt müssen wir mal gucken. Wie wird das alles hergestellt? Also. Einmal Titanbarren. Und zweimal Glas. Ach, aus Metallschrott kriegen wir Titan. Uff. Zehnmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Uff. Und schon alles leer. Das geht ja schnell. So, Titanbarren. Weiß nicht, ob wir sowas noch haben. Haben wir die nicht sogar irgendwo rumfliegen, die Titanbarren? Natürlich nicht, ne? Jetzt wird sie natürlich, äh, Metallschrott wirklich anbieten. So, wir brauchen Titanbarren und Glas, ne? Glas wird aus Quarz hergestellt. Zweimal Quarz brauchen wir jeweils für Glas. Eins, zwei, eins, zwei. Machen wir mal zweimal Glas. Das können wir ja schon mal herstellen. Glas. So. Unsere Energievorkommen ist immer noch supi. Ähm. Da, Lithium wollen wir dafür. Okay, ja, macht Sinn. Emaliertes Glas. Ja, Essen. Persönliches. Ja, ist ganz toll. Die elektrisierenden Flossen. Nehmen wir die hier gar nicht her. Was hatte ich da? Behälter. Werkzeuge. Hä, stellen wir die Flossen gar nicht hierher? Schwimmflossen? Sind die gar nicht drin? Okay. Ähm. Ja, da brauchen wir Titan noch, ne? Hätte ich nie gedacht, dass wir nochmal Titan bräuchten. Aber, ja. Hätte ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet, dass wir jemals nochmal Titan bräuchten. Oh, unsere Batterien sind voll, ne? Warte mal. Nicht, dass ich das vergesse. Ganz wichtig jetzt. Wir brauchen auf jeden Fall nochmal Titan. Äh. Die Batterien jetzt mitzunehmen. Nein. Wo bin ich denn jetzt? Da. Da. So, damit füllen wir mal eben unsere Sachen auf. Das ist voll. Das Ding war, glaube ich, auch voll, ne? Ja. Ähm. Die hier brauchen wir. Warum zittert er denn so? Dann die vier. Und die fünf. Dann können wir die nochmal aufladen, die andere hier. Haben wir die geladen. So. Haben wir einer als Ersatz mit. Das ist gut. Und dann würde ich mit dem Düsengleiter hier mal... ...loslegen. Auf Titanreise. Es ist ja nicht allzu weit, ne? Metallschrott wäre jetzt supi. Und ich habe ärgerlicherweise immer alles weggeschmissen. Man vergisst das aber auch immer so schnell. Finde ich.